Im Januar 2013 zeigten sich Christine Neubauer und ihr Lebensgefährte José Campos zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Seitdem ist das Paar unzertrennlich, so wie hier bei der bunte Festival Night anlässlich der Berlinale. Und natürlich wird der Valentinstag ganz romantisch verbracht. Mit einem sehr intimen Essen, das wir uns zusammen machen, das wird in Palma sein, da bin ich nämlich in Palma. Und die Zweisamkeit und die Aufmerksamkeit, die man sich schenkt, das ist unser Geschenk an uns beide. Was auf den Tisch kommt, ist übrigens noch unklar. Nur so viel verrät sie noch, weitere Geschenke wird es nicht geben. Die Zweisamkeit steht an oberster Stelle. Insofern muss ich jetzt nicht unbedingt dem Zwang folgen, irgendwelche Geschenke zu kaufen, sondern wirklich die Aufmerksamkeit und die Achtung und die Zeit ist das größte Geschenk, eben in der Zweisamkeit an diesem Tag. Das klingt nach einem sehr romantischen Date in der Abendsonne Mallorcas.